Willkommen zurück und gleich weiter. So, was ist hier Bonus-Ziegegner? 20 Helden-Kills, okay. Ach du Scheiße, 20 Helden-Kills. Ach du Scheiße und wir sind von hier aus. Das verwirrt mich. Boah, jetzt muss ich Nahkampf. Und ich Attacke. Boah. Oh, weia. So ist cool. Aber ich habe eine bestimmte Ablaufzeit, ne? Was habe ich gemacht? Das war ein guter. Das war auch ein guter. Los. Und so. Schwein. Kann ich jetzt schon wieder? Ne, noch nicht ganz. Das ist so geil hier, Attacke. Die ist so cool, ey. Das räumt mal alles weg. Oh nein, das geht ins Tor. Ah ne, da ist gar kein Tor mehr. Ja! Ich habe doch hier Truppen noch stehen, ne? Ach so, das waren die hier. Fuck. Ach, jetzt habe ich meine eigenen Truppen noch mal. Ja! 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 Das ist geil. Ich habe so ein bisschen was getroffen. Oh, fuck. Wir sind zu hoch angesetzt. Ne, das war genau richtig. Ich lasse die zerstören und dann gibt es einen Dreierangriff. Scheiße. Oh, Mann. Fuck. Oh, Mann. Fuck. Oh, Mann. Fuck. Nein! So, jetzt habe ich auch hier wieder ein paar Sachen. Ja, okay. Das war ein bisschen schlecht. Der war wiederum gut. Ja. Kaum Treffer. So, jetzt haben wir noch einen Bär raus. Und so einen und so einen. So, jetzt mache ich das nicht mehr. So, jetzt mache ich das nicht mehr. So, noch einen hiervon. So. So. Jetzt kriegt er da genau einen rein. Genau so wollte ich das haben. So. Ah, ein Stück zu hoch. So, Ceil. Geil. Und nochmal. I had a hands. Oh, jetzt kann ich nochmal. Oh. Now can knock down our castle attack. No. Oh. Wow. 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 jetzt kann ich die kann ich sie wieder wegnehmen genau dann kann sie wieder aufladen ich will ja vorne so das war's von treffer richtig geil und wieder geld gekriegt so ja die bomben war die zauber weißt du die zauber so ist es so ist es so jetzt den kaffee alle haben wir jetzt noch ja ich sag mal bis zur nächsten folge oder sage ich das jetzt schon so ja erst mal machen wir noch mal hier achte und ich muss doch stoppen ja scheiße in 30 sekunden muss man in 30 sekunden okay vielleicht schaffen wir das doch noch 30 sekunden wie soll das denn wie soll man in 30 sekunden ach so wie geil ist das jetzt weiß ich ja gleich am anfang was los ist als gut ja 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 Das wird knapp. Deine Zeit. Scheiße. Ja. Scheiße. Fünf Sekunden haben wir länger gebraucht. Na gut. Endlich sind alle bereit zum Aufbruch. Alle? Aber wo sind die großen Kerle? Sie kriege ich nicht groß, was? Bin ich nicht groß genug? Sie Hochtrabende. Ich vergleiche. Zu mir ist er ein großer Kerle. Für einen Troll bist du aber nur ein großer Bisschen. Was steckt mit Blut? Wir brauchen Trolle auf unserer Seite. Vielleicht sogar Drachen. Ramon wird nicht zögern sie auf uns zu helfen. Trolle? Drachen? Sie leben in den Bergen. Dann pack deine Wand, dein Wanderhautsack. Wir werden ihnen einen Besuch bestellen. Machen wir. Geil. Bonus kommt. Wisst ihr was? Wir machen schnell noch ein Match. Das hat gerade so Spaß gemacht. Ich will mal probieren, ob ich es anders schaffe. Oh. Und so halt nicht. Das wird schon schwierig. Nee, das schaffen wir nicht. Alter, hier hält man sich so viel zu lang. Das Bonus-Fiel haben wir nicht geschafft, also. Los nochmal. Schnell. Schnell. So. Schon wieder ein paar Sekunden verschenkt. Wir müssen hier reinhalten. Los, komm. Los, komm. Noch fünf Sekunden. Ja. 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 Geil. Das hatten wir ja schon, ne? Fett, Alter. Zieht euch das rein. Das wird da noch kriegen für. Alter, haben wir nochmal richtig Shot dafür gekriegt. Ja, fett. Schöne Sache. Das wollte ich doch nochmal. Das war ein guter Abschluss. So. Auf nächstes machen wir die Mission. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und einen schönen Tag. Nee, eher Abend. Das kommt immer abends drauf. Oder Mittag oder was. Wie auch immer. Ich wünsche euch einen schönen, was auch immer. Newton. Alles. Alles gut. Macht's gut, Leute. Haut rein. Und Dankeschön fürs Reinschauen. Sagt der Hubert. Tschüss.